Kinder zu suggerieren, dass sie ein potenzielles Infektionsrisiko sind und denen zu suggerieren, dass sie die Oma umbringen und andere, setzt Schäden. So viel Psychotherapie kann man nicht machen im Verlauf des Lebens. Ich merke, dass Lehrer damit spielen. Dann kann ich nur sagen, Schande über euer Haupt. Schande über euer Haupt.